So, wunderschönen guten Morgen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update Video zu Bitcoin und Ethereum hier auf meinem Kanal. Wir legen auch gleich los. Wie immer, Bitcoin übergeordnet, 4 Stunden Chart. Ich erwarte immer noch, wie seit Wochen, dass wir hier runter gehen in den Bereich von 28.315 US-Dollar bis runter zu 27.132 US-Dollar. Sollte dieses Level hier nicht halten, sehe ich den Markt tiefer und zwar bis 25.682 US-Dollar runter bis 23.617 US-Dollar und wir gehen nachher auch gleich aufs Daytrading Setup. Da habe ich etwas Interessantes für euch. Müssen wir es auf jeden Fall anschauen. Sieht sehr, sehr spannend aus. Ziel-Level übergeordnet, sehe ich den Bitcoin in den nächsten Wochen und Monaten bei 35.600 bis hoch zu 39.400. Kann natürlich auch überextendieren nach dieser ganzen Aufbauphase, was wir hier hatten. 40.000 locker drin, in meinen Augen, die nächsten Monate. Eventuell dieses Jahr sogar noch. Müssen wir abwarten. Daytrading Setup, gehen wir erstmal rein. Wir sehen erstmal das, was wir sehen wollen, was ich erwartet habe. Ja, wir sind hier runter. Haben hier ein B-Level gebaut. Ich bin hier eingestiegen. Bei 29.500... Irgendwas schießt mich tot. Hier oben habe ich glaube ich sogar ziemlich, genau 25.530 bin ich bei Bitcoin eingestiegen. Der Markt ist danach wunderschön in einer impulsiven Struktur runter, in einer Impulsbewegung runtergegangen und hat hier erstmal, wie erwartet, aus diesem gelben Bereich, der liegt bei 29.254 US-Dollar bis runter zu 29.121 US-Dollar, hat der Markt hier erstmal reagiert. Er hat das 66.700 respektiert erstmal. Hab gesagt, wir müssen jetzt abwarten, was der Markt hier macht. Genau, ich habe meinen Stoppler schon in den Profit gezogen, bei 29.480 US-Dollar. Wollte ich nur mal nebenbei anmerken, weil es kann natürlich auch sein, dass der Markt jetzt hier raus reagiert und hier nach oben schießt. Ist zwar nicht meine Primärerwartung, aber es kann sein, weil wir wissen ja, übergeordnet, haben wir ja hier. Dann müsste ich da reingehen. Machen wir es hier kurz. So, übergeordnet, wir fokussieren uns ja auf dieses Level, auf diese weiße Kästchen, aber wir sind hier schon am 38.2er, ja, und wir sind hier auch nur ganz kurz drunter gewesen und seitdem arbeiten wir uns kontinuierlich nach oben und was wir jetzt hier sehen, dieses gelbe Kästchen, was mein Trendwendebereich ist, da führt genau das 38.2er, das übergeordnete durch und der Markt hat hier auch gebounced und hat erstmal das 38.2er respektiert. Also es kann sein, ja, halte ich aber sehr unwahrscheinlich, aber es kann sein, dass der Markt hier schon nach oben reagiert, deswegen mein Stop-Loss auf den Entry, in den Profit gezogen, weil es kann sein, aber ich erwarte nach wie vor trotzdem, dass wir tiefer gehen. Ich wollte nur sagen, es kann sein, wir müssen darauf aufpassen und was wir noch schauen müssen, dürfen wir auch nicht vernachlässigen, ja, egal wie die Marktlage ist, wenn wir uns das hier anschauen, die letzte Sequenz, was wir hatten, ja, mit Ziel-Level-Erreichung und Anlaufen eines neuen GKL sehen wir, es könnte, das neue bearische Konstrukt könnte uns bei Bitcoin tatsächlich auf die 26.500 US-Dollar bringen, ja, hier runter 27.122, werde das Ziel-Level, 27.000 bis 26.500, dann würde, ja, ihr seht es ja selber hier, 26.500, werde hier oben, dieser Autoblock hier, also es könnte sein, ja, dass Bitcoin hier dieses gelbe Kästchen durchbricht, deswegen, wenn ich das trade, ja, will ich euch bloß sensibilisieren drauf, ich würde meine Order nicht direkt hier platzieren, weil wir wissen nicht, wie tief der Markt geht, weil laut bearischer Struktur, was wir hier haben, kann es sein, dass der Markt hier etwas tiefer geht, ja, ich rechne zwar mit einem Trendumkehr hier in dem Bereich, 27.5, 27.6, 27.7, sowas, aber wir können locker nochmal die 26.000 anlaufen, deswegen muss ich euch sensibilisieren, wir müssen immer alle Szenarien im Kopf behalten, aber erstmal ist wichtig, dass wir hier runtergehen, wir sollten diese Lows rausnehmen, auf jeden Fall vorm Wochenende, ja, das war letztes Wochenende genau umgekehrt, da haben wir auch ein bestimmtes Level rausnehmen müssen, was ich gesagt habe, hat der Markt auch gemacht, und deswegen, ich will, dass der Markt heute noch dieses Low zumindest rausnimmt, dass er die Sequenz finished, am besten überschießt, ja, aber auf jeden Fall, das ist wichtig, dass wir diese Lows rausnehmen bei 28.850 US-Dollar, aber sieht gar nicht schlecht aus, und hier, in dieser Bewegung, was wir gerade haben, das ist das PC-Korrekturlevel von dieser Abwärtsbewegung, von dieser internen, was wir traden, das liegt bei 29.311 US-Dollar bis hoch zu 29.396 US-Dollar, der Markt hat hier aus der gelben Box reagiert, nach oben, aber er hat hier das 38.2 von dieser bärischen Struktur, hat er nicht nach oben durchbrochen, also spricht, auch wieder mal für die Bären, aber der Markt kann trotzdem noch das hier machen, vollkommen legitim, dass er hier raus reagiert, hoch geht, und dann ins Ziellevel geht, ja, also dafür machen, soll er machen, kann er machen, alles legitim, was wichtig ist, ist halt, dass wir hier dieses Levels nicht mehr brechen, und auch dieses Level hier oben nicht mehr brechen, weil dann, müssen wir uns eventuell nach bullischeren Strukturen umsehen, aber erstmal läuft Bitcoin komplett nach Plan, sieht sehr schön aus, wie gesagt, hier kann man sich mit einem Short positionieren, aber ich finde ich jetzt langsam etwas risky, vor allem weil wir hier aus dem bullischen Trendwende-Bereich reagieren, aus dem übergeordneten 38.2 reagieren, ja, ganz schnell, gehen wir auch noch drauf ein, übergeordnet gehe ich davon aus, dass wir hier runtergehen, gehen auf die 1.828 US-Dollar, bis runter zu 1.760 US-Dollar, sollte das hier nicht halten, gehen wir runter auf 1.611 bis 1.432 US-Dollar, übergeordnete Ziellevels sind 2.500 bis weit über 3.000 US-Dollar, habe ich schon in den letzten Videos zur Genüge erklärt, hier Daytrading Setup, genau das gleiche wie bei Bitcoin, wir haben hier oben eine Reaktion gesehen, ich wurde hier ausgestoppt, gar kein Problem, gehört dazu zum Trading, und trotzdem ist der Markt danach runtergelaufen, und hat auch hier dieses bullische Level bis jetzt erstmal respektiert, das liegt bei 1.858 US-Dollar, bis runter zu 1.848 US-Dollar, auch hier erwarte ich, dass Ethereum dieses Low hier rausnimmt, und dafür würde er dann diese Sequenz hier finishen, und das wäre auch wichtig vor dem Wochenende, dass Ethereum das macht, zumindest mal, und dann von hier aus sich nach oben arbeitet, und dann eine etwas größere Sequenz finisht, die noch kommen könnte, sie muss nicht, auch bei Ethereum gilt das gleiche wie bei Bitcoin, wir sind hier übergeordnet, haben wir ja schon unsere gelbe Box schon fast erreicht, also der Markt muss hier nicht tiefer gehen, er kann, er sollte aber in meinen Augen tiefer gehen, weil wir hier einfach noch nicht genug Reaktion hatten, Ziellevel von dieser roten Sequenz sind hier unten bei 1.847 US-Dollar, bis runter zu 1.839 US-Dollar, WC-Korrekturlevel von dieser internen Sequenz liegt hier oben bei 1.869 US-Dollar, bis hoch zu 1.874 US-Dollar, ich erwarte, dass der Markt hier runter geht, sollte der Markt hier hochgehen, würde ich den Short nicht mehr nehmen, könnte man, würde ich aber nicht mehr machen, weil wir hier aus einem Bullen-Level reagieren, und die Möglichkeit besteht, dass wir hier hochgehen, also auch hier Stop-Loss auf den Entry ziehen, ganz einfach, oder in Profit schon ziehen, bei Ethereum, wer im Short drin ist, und da müssen wir warten, was der Markt macht, und ich würde sagen, das war's mit dem Update-Video, heute Abend kommt noch mal eins, heute Mittag kommt auch noch, Matic ist glaube ich dran, ja genau, Matic, und dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen einen schönen letzten Arbeitstag, die, die den letzten Arbeitstag haben heute, kurz vor dem Wochenende, und wir sehen und hören uns zum nächsten Update-Video, ja, und dann schönen Freitag euch allen, bis dann, ciao, ciao.